Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unholy Kingdom mit der Anne, Maxi, Dalu und Gorobai und mir. Hallo, ich habe gerade hier einen Zombie getötet. Kriegt man aus Holz mehr Slaps oder ist das 1 zu 1? Nein, kriegt man mehr Slaps, doppelt zu viel um genau zu sein. Dalu, Dalu, Dalu! Das ist ein Gold, ja? Dalu, Dalu, Dalu. Guck mal hier, komm mal mit, Gorobo. Und er sagte Dalu, Dalu. Die Bücherei, die wird hinter dem Wasserfall sein. Hinter dem Wasserfall? Hier kommt noch Glas rein. Aber dann kann man, ah! Das ist ja ein architekturischer Schlingel hier, ne? Das ist ja wie ein Land, das doch. Kann man rausgucken. Kann man rausgucken, kann man lasern hier, kann man sich hinsetzen, hinhocken. Dauert zwar etwas länger, Freunde, bis ich am Ziel bin. Das ist ja cool. Und wo ist der Eingang denn? In der Minenhöhle oder was? Dalu. Bis jetzt noch, ja. Der offizielle Eingang ist in der Minenhöhle. Ah, hier, ja. Wie gesagt, man könnte den offiziellen Eingang auch durch Tores Haus legen. Ja, da hat er ja zuerst reingebuddelt. Obwohl, ganz ehrlich, unter sein... Oder hast du einen Keller Tores? Ne. Das ist ein Keller. Ne, weil dann könnte man tatsächlich unter sein... Das ist das Vieh in der Lava. Es ist doch schon wieder in der Lava hier. Der Wizardgott hat wieder seinen Minin in die Lava gesetzt. Der quält sich. Oh, der ist raus aus der Lava! Ah! Der kann fliegen. Du bist so doof, Max. Das hab ich gemerkt. Hast du ihn getötet? Nein. Anderes rum. Wo fliegt er denn? Der fliegt jetzt gerade in meine Trampe hoch und ich kann hier nicht raus! Der schubst mich ja auch gleich runter, dann bin ich tot. Ich hab gleich... Kämpf doch, der hat nicht so viel Leben. Ah! Jetzt fliegt er. Aber er fliegt aus der Reichweite. Der fliegt, das ist unfair. Der Wizardgott verhindert mich an Bau seines Tempels. Ich glaube, er ist mir der Stelle nicht zufrieden, wo ich baue. Ich baue woanders. Ich glaube, der Wizardgott ist zufrieden. Wir brauchen mehr Holz. Wo sind unser Holzfäller? Hätte Holzfäller in der Axt, könnte er auch Holzfäller. Ein drittmal. Ja, dann mach doch. Kann ich mal einfach die Axt hier rausnehmen? Das ist eine Selbstbedienung. Ne, das nicht. Das ist eine Iron Knight. Hier ist ein lila leuchtender, chaotic Creeper. Ein lila leuchtender, laune Creeper. Ein lila leuchtender, laune Bär. Ich hab das Gefühl, ich hab mich verlaufen. Ja. Anne Happens, ne? Anne Happens, ja. Anne Happens, ja. Das ist auch gerade so. Anne Happens. Warte ich nicht mal von mir Bäume? So, das Gras wie weg. Also ich hab immer Bäume abgebaut und immer wieder nachgepflanzt. Das Gras wie weg. Ich auch. Ich hab immer Bäume abgebaut. Ich hab immer Bäume abgebaut. Können Sie mir kurz unsere Koordinaten hören? Das erklärt so einiges jetzt. Packst du meinen Baum an? Packst du meinen Baum an? Packst du meinen Baum an? Der Baum ist gleich weg. Du hast ähm. Ich baue immer nur ab. Das ist aber am besten. Hast du gerade Spinnenweben gekackt? Du hast mich gehauen, das war Angstreaktion. Was weiß ich, wo die... Wo kommt plötzlich die Spinnenweben her? Können wir kurz die Koordinaten sagen von unserer Bar? Oh, können wir das? Keine Karogra... Nee, kein Karogra... Keine Karogra... Was? Haben wir nicht, Anne. Nicht drin. Bitte. Wir müssen uns an die Regeln halten. Ich müsste jetzt echt... Welche Taste ist das denn? F3. Sag hier einfach mal was anderes. X 1700, sagen wir mal. Sagen wir mal 1700. Minus 2500. Okay, das klingt gut. Dann bin ich bald zu Hause. Ich hab noch ne Minimap. Ah, aber Shigo hat natürlich Minus und Plus verwechselt. Oh nein, das ist wieder so ein komisches... Spezialzombie mit Spinnenweben schießen kann. Ich bin weg. Tschüss. Ah, home sweet home. Da ist ein Zombie King. Shigo, gleich bei mir die Pferdchen. Ja, ich freu mich. Wie viele Pferdchen hast du denn? Hm. Fünf? Vielleicht doch für ne Zucht, oder? Hä? Hä? Haben wir schon für bis zu ja, ne? Kokosnüsse? Dieses, hä? Von Dahl und dann die Lache danach. Das hat mir irgendwie... Das sind wir mit Vorsicht zu genießen. Ja, was hast du jetzt schon wieder? Na, nein, meine Schauer über dem Rücken. Aber wie bleiben die Pferdchen denn hier drin stehen? Ja, indem man da ein kleines Geiter vormacht. Das kommt noch, Mr. Kopfloser Korobai. Nein. Und, äh... Und... Und wieso leben die auf Gras? Ja, wieso nicht? Die müssen doch neu stehen. Ja, eins nach dem anderen hier! Lass ihn doch nicht nach! Nein! Ich geh meine Schule bauen. Der fehlt übrigens der Helm. Oh, ja. Ja, das ist, weil ich immer geschlagen wird von irgendwelchen Leuten. Da fähle ich meine Rüstung. Deine... Deine Ehre verliessen. Meine Schuhe sind auch in 10 Schlägen kaputt. Das ist ein... Kann ich es euch gleich sagen. Warum stehe ich eigentlich so eine rosa Toolbox an? Ein Taco-Creeper. Ein Feuer-Creeper. Oh, ein Taco-Creeper wäre cool. Ich hab doch schon Tacos. Ja, alles voller Tacos, ne? Regnen Tacos. Yay! Okay, Feuer-Creeper ist tot. Hast du gedroppt lieber Feuer-Creeper? Feuer. Ich bin zufrieden. Ein Creeper-Kopf. Da, ich fand Feuer besser. Creeper-Mann-Creeper. Was macht Sachen zum Anzünden? Was macht Sachen zum Anzünden? Wir brauchen... Enzin. Rigo, bist du zuhause? Oder wo bist du? Ja, bin ich. Also, ähm, hier. Ich komme grad nach Hause. Ich komme vom Stall. Die harte Arbeit ist vollbracht. Rigo, bist du? Hallo? Hier in deinem Haus. Ich wollte die... Wer öffnet in meinem Haus eigentlich grad Kisten? Ich hör das. Oh, warte. Wer ist denn hier? Was hast du gemacht, McFly? Was fehlt? Hast du es rausgenommen? Okay. Aus der Kuh liegt das anderen. Ähm... Da fehlt was hier. Du hast irgendwas geklaut. Was hast du genommen? Da hab ich auch noch irgendwas Seed-mäßiges. Silze? Ja. Das hier. Das sind Gänseblümenchen. Hier. Die kommen in den Garten. Achso. Guck mal, dann habe ich hier noch, äh... Ich wäre natürlich zufrieden, wenn man mir eine aus Eisen herstellen würde. Aber das kann halt noch ein bisschen. Kann noch ein bisschen. Ja, hier, ne? Und hier sind die Pferdchen. Nicht aus Versehen benutzen. Juhu. Ich will die Pferdchen sehen. Ja. Ich will auch Pferdchen sehen. Ich will auch Pferdchen sehen. Eine Koppel. Wo sind die Pferdchen? Ja, Moment. Wo sind die Pferdchen? Die Koppel muss noch gebaut werden. Hallo? Einfach mal ran hier. Pferdchen. Warum fliegt die Erde eigentlich? Ich bin noch nicht fertig. Das kann die einfach so. Ich finde, Chikos emotionale Stimmung ist ziemlich aufgeladen und aggressiv momentan. Ja. Also ich finde es gut, dass der Pferdestall bei Max' Haus ist. Dann hat er nämlich immer den Gestank. Pferdes stinken nicht, die riechen. Ich wollte gerade sagen. Findest du? Wobei, ich habe ein Geschenk für dich. Oh nein. Schulden. Was ist das? Raus aus den Schulden. Wo bist du? Bei der Schule. Jeder hat sie legert. Ach, da? Okay. Warte. Ja, Max, was sagst du jetzt, ne? Back to the roots. Guten Tag. Ich finde noch eine Tafel. Dankeschön. Wir sind auch noch nicht fertig hier. Sind auch noch keine Bänke drin. Haben wir Glas? Du kannst übrigens sehr gut eine Tafel machen mit den geschnittenen Blocks. Also mit den Carpenters-Blocks oder wie die heißen. Haben wir Glas? Ja. In der Glaserei. Nicht im Lager. Das ist aber frech. Der blöde Glasbläser. Pfff. Glaser. Der Glaser. Kennt ihr nicht diese blöde Werbung, wo die drei Leute irgendwie ... Oh ja. Wieso gehst du in mein Haus? Ach Gott, das ist deine Bude. Wo ist der Glaser? Pff. Was für eine Reiche. Ey, wie viel schlägt das immer in Gruppe als Bude? Du bist so neidisch auf meine Hütte, oder? Ja, ja. Er ist so neidisch. Er braucht ja immer raus, wir sind ab, ja. Ich dachte erst, das ist Nerd-Rutscher. Aber ja, hab ich gesehen. So. The Horses are released. Ah, ich will gucken. Warte kurz, warte kurz. Ich muss auch da hin, ganz schnell. Sollten sie Erna und Bert nennen? Wie, wir haben nur zwei Pferde? Ich dachte, wir haben fünf. Erna hat nicht mehr mitgebracht. Wir haben fünf Pferde. Ja, aber ihr kennt andere. Hey! Hey! Pass die Pferde nicht an! Der Kopflose Reiter! Der Kopflose Reiter! Oh mein Gott! Hilfe! Ich hab Angst! Liebe sind in die Erde. Lasst jetzt die Pferde sich paaren, ihr perverse. Look at my horse. My horse is amazing. Aber ich kann schon drauf sitzen. Das mag mich hier. Die paaren sich auch so einfach nicht. Da kam aber grad Herzchen. Ja, das ist, weil... Weil die mich mögen. Ja, genau. Wieso? Guck mal, die mögen uns jetzt. Ja. Das mögen uns. Ich dachte, dafür braucht man einen Sattel. Nein! Nein! Reiten darf man Sattel. Samen reicht drauf sitzen. Aber du kannst ja nicht kontrollieren. Aber du kannst ja nicht kontrollieren. Die sind Cowboys. Wie gesagt, du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren! Du kannst es nicht kontrollieren! Du kannst es nicht kontrollieren! Ja, aber du hättest ja auch drauf reiten können, ne? Ja! Vielleicht schlag mich jemand! Vielleicht schlag mich jemand! Vielleicht erlöst werden! Was machen die dann? Laufen die einem dann nicht hinterher oder so? Nein! Die eiern einfach nur da rum! Bis du einen Sattel hast! Was? Ich brauche einen Bone Meal! Ich brauche mehr... mehr... Strohmabel? Mehr Stroho? Stroho für die Pferde! Für Pferde! 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 Klingt das wohl zu den besondern Tieren, oder nicht? Also... Da brauche ich dafür... Nein! Es ist ja auch Minecraft! Normal! Ich habe nämlich so einen Tierscanner. Tierscanner! Hey what? Ja! Wenn das Tier irgendwie was Besonderes hat, oder kann, dann krieg ich dafür irgendwas! Okay! Look at my horse! Das könnte die wahrscheinlich schneller machen, das Pferde! Das könnte ich mir gut vorstellen! Bis jetzt die Standard-Minecraft-Tiere haben alle nicht gezählt bis jetzt. Ach so. Das ist natürlich der... Aber du kannst doch hinten hingehen, wo ich die Schafe geholt hab. Weil so war ja das Huhnen, komm. Genau. Kann die bitte Schiko aus dem Kinderparadies abholen? Ich brenne, ich brenne. Ach so. Ich spiele in Wasser. Hier ist immer Wasser. Ja, aber draußen ist ein Special-Mob, der will mich durch. Ja, aber die machen doch alle nix. Ich sterbe. Tschüss. Hätt's mal... So viel zuhause, die machen alle nix. Wir sind mal ins Wasser gesprungen. Ich bin ja nicht an den Mob gestorben. Sie ist verbrannt. Fühlt sie dich eigentlich gemobbt? Ich fühle mich gemobbt von meinem Minecraft, weil sie schon wieder abstürzt. Hallo. Ich bin die neue Müllerin. Wer sind sie? Dalu ist vertrauen. Warte mal. Da, Luca. Was ist da? Was ist passiert? Oh. Ich hab vergessen, dass du in dem Mod-Pack keinen Schaden bekommst, wenn du ertrinkst. Und einfach direkt tot bist. Du ertrinkst nicht richtig. Du bekommst kein Damage. Ach so. Du bist ja der Instant-Tot. Oh. Das ist natürlich schlechtes Karma. Das heißt, wenn die Blasen weg sind, ist man instant tot? Ja. Genau. Du stirbst direkt. Das ist gut zu wissen. Wusste ich auch noch nicht. So. Ähm. Jetzt sagen ein neuer Kopf. Wo ist mein Gear? Können wir mit Gold schon arbeiten? Äh, ja. 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 Wie viel Gold haben wir? Was willst du damit machen? Ich möchte mir ne Uhr bauen. Eine Taschenuhr? Ja, erstmal möchte ich ne Taschenuhr und dann kann ich ne Stehuhr bauen und die möchte ich für die Schule haben. Okay. Das ist schon irgendwie gut. Damit die Kinder auf die Uhr starren können. Genau. So wie früher. Wer kennt das nicht von früher? Äh, Waypoints? Und unzählige Stunden sind vergangen. 10% Tafeln, 90% Uhr. Obwohl bei uns war das ja nicht so. Die Hälfte der Uhren haben sowieso nicht funktioniert. Oh. Das war da sowieso immer noch das Beste. In der Ghetto. Haben wir damals im Ghetto gelebt? Kann man zu sagen, ne? Im Ghetto von Deutschland. Im Ghetto, wenn das das Ghetto ist. Irgendwann. Nach Bielefeld? Ein Ort, den ist gar nicht da. So. Ich hab eine Uhr. Ich bin da aufgewachsen. Ähm, haben wir Wooden Slabs? Wo ist das Holz da? Das fehlt alles nicht so richtig. Wer hat die ganzen Wooden Slabs rausgenommen? Tja, will ich gar nicht sagen. Ich glaub da hast du deine Antwort. Ich brauch mehr und so. Okay. Lass dich machen. Mehr Getreide. Ich brauch mehr und so. Wir brauchen mehr Getreide. War ja voll Kungert. Aha. War ja voll Kungert. Übrigens ganze Getreide gegeben. Kann ich's bitte wieder haben? Der Regen bleibt aus. Was ist das? Wer rauscht da nur ab? Wer ist das denn da? Kann nur wo sein. Oh Gott. Ähm, Herr Schmid? Ja. Sind Sie zu Hause? Aha. Weit weg. Weit, weit weg. Ja, ich muss einfach in den Wasserfall gehen. Nein, ich brauch bloß dein, 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 dein Getreide. Das, äh, ja. Ich hab Getreide. Warte, das geb ich dir wieder. Will alles haben. Alles. Jaja. Was soll der Mist? Ist besser? Ja. Weiß, also, ansiedsach, es rauscht nicht mehr. Das war die Frage. Herr Schmid? Jetzt was schon wieder? Wieso Herr Schmid? Das war ich. Jaja, der Herr Schmid aber auch schon. Ja, das ist ja mein Getreide, mein Gewesen. Nein. Natürlich, das war das, was ich dir gegeben hab, du Nase. Nein. Du musst einfach nur weitergegeben. Nein. Achso, es ist schon gut, schon gut. Äh, es ist genug, vielen Dank. Ich, ich bedanke mich. Ich, äh. Jo, kein Problem, dass ich das aufgehoben hab für euch. Das sieht voll geil aus. Was ist das denn? Das ist ja total beschiss. Noch? Was? Was? Die Uhr, ich dachte, das wär so ne hammergeile, große Stehuhr. Das ist total die Mikri geht. Wer sagt überhaupt, dass du mit Gold hantieren kannst? Ich? Das hat schon mal nicht funktioniert. Er ist Lehrer. Ich kann das, ich bin hier der Lehrer. Aber die Tafel würde ich hier gerne aus Obsidian machen, das können wir aber leider nicht abbauen. Können wir weder abbauen, bestimmt noch nicht mal nutzen. Nehm, Green Stained Clay oder so ne. Warum ist das so? So ein Wegwerk. Das sind deine Regeln. Nein. Aber bevor wir, äh, das Gold, der Schleudern, sollten wir lieber die Felder mit vermehren. Freunde, aber wir machen was ganz in der nächsten Folge. Gold? Ja, genau. Die Folge ist dann, ne? Goldäpfel für die Pferde. Als ob, ey. Die Pferde kriegen doch keine tollen Ästen. Die könnten so ein bisschen Getreide, ähm. Damit vermehren die sich aber nicht. Das ist mir egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.